Musik Wir verkaufen hier Bäume aus der Region. Diese Bäume werden von Bauern oder Forstbetrieben produziert aus Zunzgen, Keisten oder Wölfliswil. Das sind alles ganz frisch geschlagene Bäume. Wir haben diese letzte Woche geholt. Der Schnee und das Wetter als sonst war nicht so günstig. Darum sind wir froh, dass es nicht so kalt ist, dass die Äste wieder etwas abgingen. Vorher waren sie sehr gefroren. Musik 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 Wir bieten auf dem Schmiddeplatz Weihnachtsbäume aus dem Brattlewald oder aus nächster Region an. Weihnachtsbäume, die keinen langen Anfahrtsweg haben. Und die Bürger und sowohl die Einwohner schätzen das natürlich sehr. Die gehen mit einem guten Gefühl, wenn sie hier ein Bäumchen gekauft haben, nach Hause. Und zudem ist es ein geselliger Anglass. Man trifft sich hier, man tut sich ein wenig austauschen. Und auch der Bürgerrat nützt die Gelegenheit, mit den Leuten in Kontakt zu treten. Und auch der Bürgerrat nützt die Gelegenheit.